hallo und herzlich willkommen zum test.net unboxing heute habe ich für euch dabei aus der identi kollektion den multi quick 5 vario von der firma braun so genannte mix star mit 21 geschwindigkeit und mit stufen und inklusive in diesem paket ist auch ein messbecher dabei lange räder kurzer sinn wir packen aus schauen uns das ganze an wie man sieht schon mit styropor usw abgedeckt damit auch beim transport nichts passieren kann hier sehen wir einmal ganz toll aus hochwertigem gummi an und aus genauso die verschiedenen mixstufen von 0 bis 21 stecker dürfte so circa 60 cm sein aufsatz dazu ganz easy einfach hier aufgeschraubt zack um fertiger mix und zusätzlich dazu haben wir hier ein messbecher auch mit styropor das passieren kann beim transport wo man dann einige sachen auch mixen kann so zum aufmachen einfach an den seiten die knöpfchen drücken das ganze wieder einverpackt das geht es zu uns ins testlabor wird auf herzunälen geprüft und alle ergebnisse findet ihr unter test.net gerne dürft ihr auch die weiteren videos anschauen von unserem unboxing team hier bei test.net auf youtube das war's von mir ich wünsche euch einen schönen tag haut rein ciao